Ist das ein Zeichen für ein Liebeskommeback? Nach angeblichen Trennungsgerüchten wurden Jelis K.O.C., 27, und Jimmy Blue Ochsenknecht, 29, bereits zusammen in Hannover gesichtet. Nun gibt es einen weiteren Hinweis, dass es zwischen den beiden doch noch nicht vorbei ist. Die Schwangerschaft belastet die Beziehung. Sieht das nach Versöhnung aus? Jelis K.O.C. hatte etliche Paarbilder auf ihrem Instagram-Profil von sich und Jimmy gelöscht. Sie folgte dem Vater ihres ungeborenen Babys auch nicht mehr bei Instagram. Ein Insider hatte erklärt, dass es aktuell zwischen den beiden kriseln würde. Die beiden wurden von den ganzen Ereignissen der Schwangerschaft überrannt, hieß es. Nun zeigt sich Jimmy erneut mit Jelis geliebter Hundedame. Auf Instagram postete er eine Instastory mit der englische Bulldogge beim Gassi gehen. Luna sitzt auf dem Boden, hechelt und schaut Jimmy mit großen Augen an. Würde Jelis ihre süße Luna bei einer Trennung an ihren Ex abgeben? Kaum vorzustellen. Himmel, um die Schnauze schnauze